Wir schreiben den 1.8.2011, 14.12 und ich mach glaub schon das 100-Millionste Video. Ja, hallo und willkommen zu meinen kleinen Info-Ankündigungen bzw. Änderungsvideo. Und ja, es geht darum, Skype-Anruf kurz wegklicken, ja es geht halt darum, ich möchte ein bisschen was an meinen Upload-Plan ändern. Und zwar werde ich ab jetzt nur noch Montags bis Freitags Videos hochladen. Das liegt einfach daran, ich möchte das Wochenende gerne nutzen, um halt ein bisschen was privat zu machen. Um die ganzen Videos aufzunehmen und um sonstige Sachen zu machen, wie beispielsweise Livestreams a la League of Legends, WoW, sonstiges Döns halt und ja. Warum habe ich mir das so gedacht? Ja, es liegt einfach daran, ich habe keinen Nerv ab nächster Woche wieder jeden Tag aufzunehmen. Ich schaffe das aus zeitlichen Gründen einfach nicht, weil ab dann mein zweites Ausbildungsjahr beginnt, ich habe dann Seminar und Schule und Arbeit und 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 ja. Und ich möchte halt auch noch ein bisschen Freizeit haben. So ein Millimeter Freizeit wäre halt schon ziemlich dufte. Und deswegen werde ich halt nur noch Montag bis Freitags Videos hochladen. Am Wochenende werde ich die Videos dann aufnehmen, spätestens. Wenn nicht, vielleicht habe ich ja sogar noch einen Vorrat. Wer weiß, wer weiß. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich habe vorhin die erfreudige Nachricht bekommen, ich kann länger als 15 Minuten hochladen. Wieso auch immer. Ich meine, warum erst jetzt und nicht vorher? Ich habe ja jetzt gerade nichts Großartiges gemacht. Gut, es freut mich, weil jetzt muss ich nicht mehr, oh scheiße, 15 Minuten 30, ich muss aufhören. Sondern kann ruhig mal, wow, 15 Minuten 31, yay, es geht. Ne, also meine Videos werden trotzdem 15 Minuten lang bleiben. Es kann halt auch mal sein, dass es ein bisschen abwandelt, mal 17 Minuten, 18 Minuten, aber maximal wirklich allerhöchstens 20 Minuten, weil ich möchte halt auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich möchte euch auch nicht mit stundenlangen Videos da voll zumüllen. Und dafür wird halt der Livestream gedacht sein, der geht. Wann der losgeht, ich denke mal so am Wochenende, vielleicht auch mal in der Woche, weil ich habe ja jetzt noch eine Woche Urlaub. Dankeschön, lieber Herr da oben. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, ein Nebenprojekt startet ab vielleicht heute. Ich weiß nicht, ich habe schon den ersten drei Teilen aufgenommen. Es handelt sich um Amnesia. Ja, es wird sehr lustig. In den ersten drei Teilen ist der Ingame-Sound leider noch ein bisschen leise, weil ich hatte mir, okay, ich bin jetzt mal ehrlich, ich habe übel Schiss vor solchen Spielen. Es kann aber passieren, dass ich mir meine Hose mache vor Angst. Und ja, ne, ich hatte halt einfach einen Ton ein bisschen leiser gemacht. Ich meine, ich hatte noch genug Schiss. Egal, auch wenn ihr vielleicht denkt, der spielt ja mit kaum Ingame-Sound. Glaubt mir, meine Freunde. Das ist kein Zuckerschlecken. Und deswegen die ersten drei Parts leider mit einem geringen Ingame-Sound. Jedoch Steigerung ist vorhanden. Und wird auch kommen. Und seid einfach gespannt, haltet die Augen, Ohren offen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder bei mir auf meinem LP-Channel. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann demnächst in meinen Videos. Bis dahin. Tschüss.